So, der Lego Summer. Vorbereitung auf die Bikesaison und auf einen Alpen-Cross Trail Camp Fahrtechnik Training bei Fahrtwind. Was ist Fahrtwind genau? Fahrtwind ist einer der ersten Reiseanbieter im deutschsprachigen Raum und uns gibt es jetzt schon seit 1999 und wir machen auf jedem Erdteil hier tolle Touren und sind immer auf der Suche nach dem besten Trail. Beim Fahrtechnik Training ist das Besondere bei uns, dass wir die Leute bei Null abholen können und sie dann entsprechend ihren Fähigkeiten um ein Vielfaches multiplizieren können. Sie werden danach wirklich garantiert Sachen fahren können, wo sie zu Beginn vielleicht teilweise sagen, nee, nie im Leben, das kann ich nicht oder werde ich nicht können. Anfang, Ende. Wie ich es vorher schon gesagt habe, sind so Geländestufen und da gibt es verschiedene lange und schwere Stufen und da fangen wir recht harmlos an. Am Ende der Stufe müssen wir das Rad dann umsetzen. Und bei Ihnen seht ihr, wie weit man hintergehen muss, dass der Zug vom Lenker weg ist. Gut. Sehr gut, jawohl. Fahren wir nicht mehr so arg viel, weil sonst kann man keine Kondition mehr für unseren Super-Trail halten. Wir fahren ja noch einen Super-Trail. Dann på Sie. Ja. UNTERTITELUNG 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 Okay, also eine Runde bitte nochmal mit Carajo Ole um die Kurve. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Heute ist es dann ein bisschen anstrengend worden, aber natürlich war der Bikepark auch deutlich besser, wie ich es mir gedacht habe. Und es macht richtig Spaß durch so einen Bikepark durchzufahren. Und das waren so die richtigen Highlights eigentlich. Essentials sind im Grunde zwei Dinge. Man darf kein Hexenwerk aus dem Ganzen machen, es aufs Wesentliche reduzieren und dann hat man zwei Grundregeln, neutrale Position und dort hinschauen, wo man hinfahren will. Und da gibt es viele Übungen dazu und es gibt auch ein paar Ausnahmen dazu und so hat man letztendlich das Handwerkszeug, dass man alle Trails super runterkommt. Ja, damit man natürlich stressfrei unterwegs ist, auch locker genug bleibt, ist es auch wichtig, dass man entsprechend seinen Körper entspannt. Ein einfacher Trick dazu ist lächeln.